Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Regen, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir haben hier kräftig zu tun, wir werden hart attackiert, ähm, ja, aber überhaupt, das wird schon bestimmt, ich bin zuversichtlich, und, ähm, ja, ich bin, ich bringe das Baumaterial, so, baumaterial ist unterwegs, spälerbereit, feinkommt näher, geht alles in Trümmer, das Böse kommt über uns, okay, schreien wir jetzt hier mal an, okay, und gehen halt direkt auf die Festung, halt, besetzt dieses Gebiet, treibt sie ihn aus, Oha, okay, da ist halt auf jeden Fall Action, oha, hier ist auch auf jeden Fall Action, warte, 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 so, gucken wir mal, wir haben, So, wir stellen hier nochmal auf, stellen hier auch nochmal auf Offensiv. So, okay, gut, gehen weiter, provozieren im Hintergrund schon mal zwei Reiter, packen wir nochmal was rein, Okay, da ist so viele Einheiten, warum, da ist so viele Schmerz-Einheiten, oder? Okay, wer, wer ist das? Ja, das ist Tali, ne, ist das, okay. Okay, ja, gut, ich denke, ich hab den, ich hab den Black einfach überrannt, haha, ja, gut, aber gut, ja, gut, was soll man machen halt, ne? Ist halt so, ne? So, aber der Kalk geht jetzt hier auch nochmal bei mir mit rein, das gefällt mir nicht. So, da gehen wir hier auf die Trolle, die Trolle müssen halt auf jeden Fall weg. So, hier unten ist auf jeden Fall noch ein Katapult, das muss auf jeden Fall auch noch weg, was heißt Katapult? Ja, der hilft hier sogar noch, der hilft ihm sogar noch, ja, ne? Ein Stück. So, ich geh mal hier mit meiner Schufe vier Einheit, geh ich mal weg. So, ich geh mal hier mit meiner Schufe vier Einheit, geh ich mal weg. Bleib wachsam, Elben! Für sie ist hier kein Platz! Okay, gut, wir haben jetzt auf jeden Fall, haben wir hier da, okay. Sammelt euch Elben! Vernichtet sie! Er hat hier unten scheinbar nochmal was aufgefasst. Was von dem ist das? Wollen wir nochmal Black Mask? Wir müssen handeln! Ja, gut, aber das ist kein Problem für mich. So, die Frage ist jetzt, was machen wir als nächstes? Das ist ein Problem für mich. Ach, der ist komplett zerschmettert? Okay. Gut. Ähm, wo war das Schlachtfeld? Das Gebäude ist fertig. Okay. Ah, okay, der konnte auch nicht immer irgendwie noch was retten oder wegschaffen oder sowas in die Richtung. Okay, der wurde halt da. Keiner kommt der da ausger... ausradiert. Das tut mir... Ich muss gestehen, das tut mir ja leid, ne? Aber... Ja, was soll ich halt machen, ne? Ich mein... Die Chance war halt da, ne? So, die werden sich jetzt hier unten erstmal mit dem konzentrieren. Das heißt, ich baue mir hier erstmal nochmal auch nochmal eine Festung auf. Und baue ihn hier im Hintergrund und rüste hier im Hintergrund erstmal nach. Ganz klassisch. So, dann haben wir hier hinten... Was hier? Ziehen wir hier runter. Acht euch bereit, Elben! Uchtal darf nicht fallen! Reiter! Wir müssen mittel in unsere Waffenelben! Wir müssen unsere Heimat enteilen! Wir könnten theoretischerweise, wäre das mal gut. Schwerer bereit! Wir müssen das Land verteidigen! Reitet! Hier entlang Lanzenträger! Okay, wir werden definitiv, ähm... Jetzt bei Zeiten... Wenn wir dann auch schon... Das Ganze auf jeden Fall noch weiter aussehen. So, Baumaterial ist wieder da. Schön, schön, schön. Es gibt viel zu tun! Wo sollen wir bauen? So, Baumaterial da. Hier überall Baumaterial. Wir dürfen nicht wanken! Haltet nach dem Feind Ausschau! Unser Volk ist in Gefahr! Unser Volk ist in Gefahr! Schwerer bereit! Wo sollen wir bauen? Es wird Zeit, etwas zu bauen! Es wird Zeit, etwas zu bauen! Das einfach mal hier hinbauen, okay. Das Gebäude ist fertig! Uchtal darf nicht fallen! Wir müssen handeln! Wir haben ein neues Gebäude! Uchtal darf nicht fallen! Schnell! Besetzt dieses Gebiet! Ganzenträger! Okay. Also, ja... Sie haben Schüsse halt auf jeden Fall von mir. Mittlerweile. Hm? Das kann man so auf jeden Fall schon mal sagen. So, wir können hier auf jeden Fall nochmal das hier ausbauen. Zack! Ich bringe das Baumaterial! Sehr du! Unsere Heimat ist in Gefahr! Wir haben das Gebäude fertiggestellt! Der Fall drückt vor! Und auf jeden Fall eine Armee! Okay! Oha! Alter, Alter! Oha! Okay, er greift hier halt natürlich mit ihrem Zeug hier an, ne? Ah, ja, schön wenn ich die Festschen überhalten soll, ne? Ja, wohl der baut... Ja, dieser baut ja hier die Festschen hin an. Schützt die Fähne! Mögen unsere Bassen schienen! Gleifft ihr euch! Wir haben die Bestien zurück! Ok! Joa, gut! Wobei, der Kollege der kommt mir sogar eigentlich entgegen, damit muss man sagen weil er dadurch halt seine erhaut ja damit seine erhaut ja damit seine komplette armee halt damit daneben und mir passiert halt nicht so viel komplett aufgerieben so dann kann man halt eigentlich auch schon weitergehen hat wie gesagt komplett aufgerieben die armee so dann haben wir hier die kaserne dann haben wir da noch mal ein zwei bogenschütze und dann ist das auch in ordnung hier so fest und wird trotzdem noch gebaut so das ist weg dieses land zurück er hat hier auf jeden fall ganz vieles gebiet viele von den türmen hier okay hat er so eine turmarmee hat er gebaut okay weil wir kommen lassen durch wenn ich nicht leben für mich darstellen das ist ja überhaupt kein problem unsere stadt wird okay die dinger sind halt relativ heftig können doch was haben wir hier noch? ah ok wir haben die bürgen nochmal runter hier zack ok lasst euch nicht aus der ruhe bringen ich verspulte hier schissenträger säubert das land ok laut x-way gg hier ist das schon tot oder das? der ist gleich tot er hier da bin ich verstanden aber ok unsere feinde kommen über uns bin schon unterwegs boah ich weiß es nicht ii der ist schon tot oder das? der ist auch schon tot oder wie? wir müssen handeln achso hier ist die festigung hier ist die festigung von dem ok um so weiter wie gut sein ähm ja kommt mal wieder zurück wäre schön wenn die mal wieder zurückkommt äh werft sie nieder schnell hier entlang elben sammelt euch elben sammelt euch elben hier dort x-way wurde besiegt hier sein lager aufgeschlagen wir müssen uns wir kommen vorwärts besetzt dieses gewehr bereit kommt hier her ja ja ok ich weiß von wem das ist das wärs denn jetzt eigentlich vom Team halt leider jetzt ist noch geomongo über und talin 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 ok ok gut alles klar ich empfinde talin als nicht ganz so starken gegner schuldig dass ich frage x-ray bist du geflogen es wird zeit etwas zu bauen wir müssen handeln vorwärts so ok kein baum zumindest keine antwort darf nicht fallen oder ist grad acht dass er noch ganz dringend auf pipi musste ja jedenfalls ähm ich weiß nicht ob noch was da stand das habe ich jetzt nicht genau gesehen ich hab gesehen dass die festung halt gefallen ist wir müssen die wälder schützen uns werkzeuge bereit an die waffen warte mal wir und so machen wir das wir bleiben hier auf jeden fall erstmal noch er obert dieses land zurück kommt ich lockere nur meine arme was liegt an wir machen das mal hier runter werkzeuge bereit ähm so wir haben jetzt hier noch ein bisschen was haben wir noch ok das heißt ich hab eigentlich hab ich so vom ding her hab ich halt auf jeden fall die beste position ja so und wir bauen halt hier unten gleich nochmal noch eine zweite festung halt auch hin so wenn wir es können ich wollte nur kurz meine augen entspannen baumaterial ist unterwegs ich bin bereit ok gut so das gebäude ist fertig wie der feind kommt näher am arsch kommt der feind so im land rot gefahr sammelt euch helden jetzt hier alle verteidigen auf sie sie greifen an beheere hoch wir müssen mittelerde beschützen naa ok wobei wir ziehen uns erstmal zurück wir ziehen uns erstmal zurück Da hab ich mir doch ein bisschen mehr weggehauen als ich gedacht hab. Ja komm, dann geh mal zurück jetzt. Ja gut, zweite Festungbau hier draußen. Äh! Schwerer bereit! Hier entlang lassen Träger! Kommt hierher! Ich bringe das Baumaterial! Wir müssen handeln! Räuft sie an! Darf sie nieder! So was haben wir noch? Wir könnten hier... das Miet machen. Ich kann aber auch die Adler rufen. Der Adler finde ich zum Beispiel ganz nett. Das Böse kommt über uns! So, dann gucken wir mal, was hat er denn... Er hat uns glaub ich viel im Hintergrund zerführt, ne? Viel... Oh, dann holen wir uns nochmal ein paar Lanzenträger hier. Wir gehen hier nochmal zurück. Oh! Der Typ macht's nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, weißt du was? Weißt du was? Mir ist hier scheißegal, Kollege. Wenn du mich versuchst zu ärgern, ne? Weißt du, da haut mir hier die Festung weg, ne? Wo sollen wir bauen? Die will dann nicht sterben, oder? Es wird Zeit, etwas zu bauen. Wir müssen drücken, die Baumhals! Vorwärts! Bogenschützen Lorentz! Macht euch bereit! Kommt hierher! Kommt hierher! Leiter! Spend ihnen keine Pause! Schwerer bereit! Schickt ihnen eine Teilhabe! Rucht mal ganz, nicht fein! Kennt keine Gnade! Sammelt euch Lanzenträger! So, ich muss hier auf jeden Fall nochmal nachrüsten, oder? Beenden wir hier mal die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal schauen, wie das hier ausgeht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denen. Tschuuu! Tschuuu!